Yo Leute, es ist Selva, TheKing is back und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute dreht sich zwar zum Thema Fußball und um die FIFA Weltrangliste 2017. Also da momentan die FIFA Weltrangliste, um besser zu sagen. Viel Spaß bei dem Video. Nummer 10 ist Belgien. Die haben 1194 Punkte. Und um 5 Punkten besser sind die Franzosen. Die haben 1199 Punkte. Und wiederum um 9 Punkte besser sind die Kolumbianer. Die haben 1208 Punkten. Und jetzt sind die Chilesen mit 42 Punkten besser als die Kolumbianer auf der Platz 7. Und nämlich 1250 Punkten. Und um 69 Punkten besser sind die Polen. Oder 79 Punkten sogar. Die haben 1319 Punkten. Und die Schweizer. Die sind 10 Punkten besser als die Polen. Die haben 1329 Punkten. Auf der Platz 4. Portugal. Die sind ein bisschen gefährdet. Denn die sind nur 3 Punkten besser als die Schweiz. Die haben 1332 Punkten. Nummer 3 Argentinien. Die haben 1413 Punkten. Und um 90 Punkte besser sind die Brasilianer. Die haben 1603 Punkte. Und unser Nummer 1 ist Deutschland. Die haben 1609 Punkte. Nur 6 Punkte besser als die Brasilianer. Das war es mein Video. Und ich sage Tschüss. Bis dann.